Hey Kinders, was geht bei euch ab? Es ist wieder soweit, das nächste Giveaway steht an. Ich sag jetzt direkt am Anfang, ihr solltet das Video bis zum Ende gucken, weil sonst könnt ihr vielleicht nicht mitmachen, weil ihr irgendwas verpasst, was wichtig ist. Also schön bis zum Ende gucken, vielen Dank dafür. Heute geht es unter anderem um die AWP Asimov, ihr wisst ja, dass ich jetzt alle 10 Tage immer ein neues Giveaway starte auf YouTube und das ist eben gerade das Aktuelle. Speziell diese AWP Asimov ist gesponsert von The Toxic God, vielen Dank an dich Bray. Er meinte so als kleines Oster-Special. Es kommt jetzt zwar nicht ganz an Ostern, weil das alte Giveaway eben da noch gelaufen ist, aber jetzt ist es da. Vielen Dank. An alle, die ganz frisch dazugekommen sind, willkommen, willkommen. Meine Giveaways laufen nicht so ab wie die bei vielen anderen, also bei mir sollt ihr nicht abonnieren, ihr sollt wirklich nur abonnieren, wenn euch der Content gefällt. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr das nicht. Ihr müsst auch nicht liken und teilen und so einen Scheiß. Ihr solltet mir einfach nur in den Kommentaren schreiben, dass ihr eben mitmachen wollt, also mir auf irgendeine Art und Weise Bescheid geben, dass ich weiß, dass ihr überhaupt mitmacht. Aber dieser Abo-Scheiß ist nicht hilfreich, weil ich eben eine aktive Community will und nicht irgendwelche toten Vollidioten, die zusammen wegen dem Giveaway und dann eh wieder weg sind. Die AWP Asimorph ist wie gesagt der erste Skin, es gibt aber noch vier andere, so als Trostpreis praktisch, dass wir einfach insgesamt fünf Gewinne haben und nicht nur einen. Ihr wisst, dass ich sehr viele Blue Skins habe und die müssen ja auch irgendwie unter die Leute nicht wahr. Die anderen Skins werde ich euch auch gleich zeigen, aber ich sage erst noch kurz ein paar Takte. Erstens, es gibt bei mir auch zu jedem Livestream Giveaways. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr schön auf die Hand tätowieren. Und da gibt es, wie eben erwähnt, auch immer Skins. Da gibt es immer Skin Giveaways. Für alle, also wirklich für jeden, der einfach zuschaltet. Und nochmal speziell als Dankeschön meistens große Sachen wie Knives und Subscriber. Also wer mich eben unterstützt, da, Lirum Larum. Aber, äh, das ist jetzt an der Stelle nicht so wichtig. Es gibt da auch einfach Giveaways, so wie dieses hier auch. Einfach für Leute, die da sind. Man muss nicht abonnieren, man muss nicht followen. Einfach nur, wenn man da ist und in den Stream schaut, dann kann man eben auch Skins gewinnen. Und ich werde gleich feststellen, dass es auf YouTube ähnlich läuft. Also für alle die, die das jetzt noch gar nicht kennen. Ich wechsle aber mal kurz zum nächsten Skin. Viele haben sich den R8 Revolver Grip gewünscht aus der neuen Case, aus der Clutch Case. Und da dachte ich mir, komm, kloppen wir mal rein. Das ist also der zweite Platz in dem Fall. Wobei ich die Teile nicht sortiert habe. Ich habe jetzt einfach die Asimov zuerst gezeigt und jetzt kommen halt noch vier andere. Die haben aber kein Ranking oder sowas. Also gut, schlecht oder wie auch immer. Auf YouTube läuft es, wie gesagt, ähnlich. Ihr müsst nicht abonnieren, teilen oder irgendeinen Kack. Ihr sollt einfach nur für diese zehn Tage, solange wie das Giveaway läuft, so aktiv wie möglich auf diesem Kanal sein. So aktiv, wie es euch möglich ist. Das heißt nicht, dass ihr jedes Video gucken müsst und jedes, alles kommentieren müsst und so weiter. Das heißt einfach nur, dass ihr, also dass du für dich versuchst, so aktiv wie möglich hier auf diesem Kanal zu sein, reinzugucken, was zu kommentieren. Und das war es dann auch wieder. Wenn dir was gefällt, kannst du natürlich sehr gerne liken, wenn ich dir gefallen habe. Beziehungsweise mein Content dir gefällt, da kannst du mich auch abonnieren. Aber mir ist wirklich sehr wichtig, dass ich nicht irgendeinen Batzen an toten Abonnenten mit mir rumführe. Da habe ich eh schon genug davon. Ich will eine aktive Community, der ich eben auch sehr viel geben kann, weil ich auch extrem viel von meiner aktiven Community bekomme. Also ich zeige es einfach nochmal ganz kurz für alle, die das halt noch gar nicht gesehen haben. Ich habe jetzt gerade letztens wieder Skins bekommen, unter anderem dieses Flipknife. Diese Sachen bekomme ich einfach so geschenkt von meinen Zuschauern, weil sie wissen, dass ich sehr viel weggebe. Das hier wird auch als Giveaway rausgehen. Jetzt nicht heute, aber das hier ist auch ein zukünftiges Giveaway. So wie alle anderen Skins. Also letztens hat Gerdinger wieder so viel rausgehauen. Vielen Dank nochmal an dich. Er hat glaube ich gestern, also am Freitag, wobei heute jetzt ja Sonntag ist, aber ich nehme bisher an einem Samstag auf noch. Oder? Ne, es ist schon Sonntagmorgen. Da hat er glaube ich wieder Skins für 200 Euro einfach an mich rausgekloppt. Einfach so hier, guckt mal, hier ist ein Trade und er schenkt mir den Kram einfach. Also ihr könnt es ja hier einfach mal kurz angucken. Die sind alle, alle geschenkt. Das sind alle Skins, die geschenkt sind und die dann so peu a peu in Giveaways rausgehen. Durch euch habe ich so viele Sachen, dass ich eben diese ganzen Giveaways machen kann. Also auch an der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Dankeschön. Aber zurück zum Hauptthema. Versucht einfach so gut es für euch eben geht, also für euer normales Leben, was er eben so macht, aktiv zu sein hier. Ohne euch zu stressen. Das Ganze geht natürlich über die Kommentare. Wer nie kommentiert, der ist für mich nicht aktiv. Beziehungsweise er kann sehr aktiv sein, das mag sein, aber ich bekomme davon nichts mit und das ist schwierig. Ich kann, und das ist nochmal ein wichtiger Mechanismus, damit jetzt direkt irgendwelche Skin-Geier abgeblockt werden, die sich denken, hey, ich kommentiere einfach und gucke aber nicht, was er da macht und gehe direkt wieder nach dem Comment. Das geht nicht. Denn ich werde immer vor allem im Verdachtsfall, wenn ich diese Aktivitätsliste habe und dann werden die Gewinner eben einfach ausgeraffelt per Zufallsprinzip aus diesen aktiven Leuten, überprüfen, wie aktiv die Leute wirklich waren, also wie lange sie die Videos schauen. Ich kann einfach die Watchtime angucken in Minuten und auch in Prozent. Und wenn jemand halt nur kommentiert und dann das Video wegklickt, dann ist die Watchtime so gut wie bei Null. Wenn man das Video hingegen komplett durchlaufen lässt, ist sie bei 100 Prozent. Also das wird überprüft. Und wer eben nur kurz kommentiert und dann vor allem nur so was Bescheuertes schreibt wie, hi, erster oder nice, das ist sehr schwierig. Also da merke ich natürlich auch direkt, dass man sich nicht mit dem Video auseinandergesetzt hat. Es muss jetzt kein Roman sein, es muss kein 80-Zeiler sein, aber einfach so was, also irgendwas. Ein normaler Kommentar halt, ist ja wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ja. Ich wechsle kurz zum nächsten Skin. Ich werde oft gefragt, ob ich das nicht irgendwie anders machen kann, aber das ist für mich der einfachste Weg. Bei sowas machen oftmals 300 oder 400 Leute mit und ich könnte ja auch einfach auf Verdacht annehmen, dass alle aktiv sind, die nicht kommentieren. Und da müsste ich ja bei jedem Einzelnen nachschauen und das dauert wirklich ewig. Also bei 300 Leuten würde ich da, das wäre, ja, es ist unmöglich, dann könnte ich nicht mehr alle 10 Tage Giveaways machen, sondern nur noch einmal im halben Jahr oder so, wenn ich alle Leute überprüfen müsste. Daher mache ich das, was es für mich sehr einfach macht, über die Kommentare. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und kommentiere jeden Kommentar. Das ist vielleicht an der Stelle auch sehr wichtig, ich interagiere mit euch über die Kommentare, ich kommentiere jeden Kommentar. Und deswegen kann ich mir die Namen und Bilder auch sehr gut merken und weiß halt eben, wer aktiv ist und wer nicht. Das sind somit dann schon die ersten zwei Punkte, die erfüllt werden sollten. Also, dass ihr mir unter dieses Video schreibt, ob ihr überhaupt mitmachen wollt und versucht, so aktiv wie möglich zu sein. Ich zeige euch geschwind den vierten Skin, einen Moment, welcher ist es? Ah ja. Und da haben wir dann MP7 Armor Core, auch immer wieder gern genommen, ich weiß, ja, ja. Aktivitätstechnisch ist es auch möglich, auf Twitch eben aktiv zu sein und oder Twitter, Instagram und so weiter. Wobei ich euch da dann raten würde, dass ihr da am besten so heißt, wie er eben auch auf YouTube heißt, damit ich es auf irgendeine Art und Weise verknüpfen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand oft in den Streams am Start ist, dann ist das auch schon mal ein riesen Eindruck, der da auf mich gemacht wird. Da freue ich mich auch immer wie ein Schnitzelkönig, wenn ihr da am Start seid. Und wenn ihr dann so ungefähr so heißt wie auf YouTube, dann kann ich es auch verbinden und dann wird das da auch mit einfließen in diese Aktivitätsliste. Das heißt, hieran teilzunehmen kostet eigentlich nur Zeit, also wenn man so will, ne, weil man halt sich ein bisschen damit auseinandersetzen soll mit den Videos und so weiter. Ich bin da grundsätzlich ganz offen und sage, natürlich sind die Giveaways für mich ein Weg, um mich zu vergrößern. Die meisten aktiven Zuschauer und vor allem alle die, die mir ständig Skins schenken, habe ich über Skin-Giveaways dazu bekommen. Die kamen, um Skins abzustauben, sage ich mal, und haben Gefallen gefunden an dem Content, an mir, wie auch immer. Und das Ganze geht dann bei manchen sogar so weit, dass sie dann die Skins raushauen. Das heißt, natürlich will ich damit auch größer werden, ganz klar. Und mir ist auch vollkommen klar, dass auf 20 neue Zuschauer 300 Skin-Geier kommen. Aber die blocken wir komplett ab. Dann gibt es noch einen Schritt, bei dem dann eigentlich immer alle Skin-Geier versagen und ihren Skin nicht bekommen. Lasst mich kurz auch den letzten Skin zeigen. Das ist eine Stat-Track Nova Ranger. Ihr habt euch mal wieder eine Stat-Track-Waffe gewünscht und hier ist sie. So, und der letzte Schritt ist folgender. Nach diesen 10 Tagen wird, wie gesagt, der Gewinner oder werden die Gewinner festgestellt. Und dann werden sie in einem Video genannt. Aber das Video heißt nicht, hier sind die Gewinner. Und ich mache da keinen großen Drararum. Irgendwo in einem CSGO-Video, keine Sorge, es ist ein CSGO-Video, nichts anderes. In irgendeinem CSGO-Video, das dann in ungefähr 10 Tagen kommt, plus, minus 1, 2 Tage, manchmal sogar 3, je nachdem wie viel Zeit ich eben zur Verfügung habe, werden die Gewinner genannt. Und sicherlich nicht am Anfang von irgendeinem Video, sondern in der hinteren Hälfte. Wer also nicht aktiv zuschaut, verpasst seinen Gewinn und kann somit den Skin gar nicht entgegennehmen. Und das ist so der letzte, der dritte Schritt gegen irgendwelche Vögel. Die einfach nur schnell Profit wollen, sich dann wieder verpissen. Solche Leute wollen wir nicht, denn ich bekomme die Skins ja geschenkt für die Community, von der Community. Und darum ist es sehr blöd, wenn dann irgendwelche Hans-Würste da sind, die dann irgendwas gewinnen. Im letzten Stream ging das Knife hier raus. Und ja, ich denke das nächste Knife, ich weiß es noch nicht, wird vielleicht das hier werden oder das? Eine weitere kleine Anmerkung an alle, die jetzt im Moment gerade die Upload-Situation im Auge haben und sich denken, was, du lädst ja manchmal 5 Videos am Tag hoch. Das sind ja 3 Far Cry-Videos und dann ist da noch irgendwas, wo du in den Hintern pulst und dann noch CSGO. Schaut das, was euch gefällt. Ihr müsst nicht jedes Video kommentieren, um irgendwie gewinnen zu können, ja. Ihr müsst auch nicht jeden Tag da sein. Man kann auch sagen, hey, ich hatte 3 Tage keine Zeit, aber heute hole ich was nach, so ungefähr. Es ist alles völlig in Ordnung. Macht es so, wie ihr wollt. Fühlt euch bitte nicht gezwungen, irgendwas machen zu müssen. Guckt die Sachen, die euch gefallen. Und seht diese Uploads nicht als irgendwelche Störungen an, also jetzt auch so generell nochmal als extra Thema. Seht die nicht als Störungen an von wegen, ah, er macht so viel. Nee, CSGO kommt nach wie vor, sogar jetzt ein bisschen mehr wie sonst. Far Cry wird noch eine kleine Weile eben in so großer Stückzahl kommen, weil ich es jetzt bald fertig habe und es einfach durchpressen will. Fallout wird dann auch wieder weiterlaufen, aber halt nur einmal am Tag. Und vielleicht, ich weiß, ihr werdet mich steinigen, wenn ich auch, sobald Far Cry beendet ist und der Ausstoß deutlich runtergefahren wird, dann werde ich vielleicht auch ein bisschen Fortnite zumindest probieren. Ich habe ja immer voll die schlechte Meinung davon gehabt. Und jetzt letztens haben wir im Stream gespielt zu viert und es hat ultra Bock gemacht. Es kam auch voll viel neu in den Stream rein. Was, du machst Fortnite, cool. Und viele schreiben, das ist kacke, aber ich mache mit und haha. Und dann laden sie es runter oder hatten es schon und dann haben wir einfach direkt gespielt. Also ich glaube, da werde ich vielleicht auch diverse Videos bringen, aber das ist jetzt an der Stelle eigentlich völlig egal. Das Zeta ist, ich will euch nur sagen, guckt das, was euch gefällt. Seht den Kanal einfach wie ein Pizzalieferant an. Das hat letztens jemand gebracht als Beispiel, das fand ich extrem passend. Ich bin euer Lieblingspizzalieferant. Und eure Lieblingspizza gibt es auch, immer. Die ist immer da. Aber manchmal ändert sich das Sortiment außenrum. Es wird mehr, weniger, es kommen andere Pizzen dazu, vielleicht auch ein bisschen Fleisch und so weiter. Oder Salat. Man kann sich über dieses Extrazeug freuen. Oder man sagt sich, ist mir egal. Ich will meine Lieblingspizza weiter essen, ja. Seht es am besten so. So weit, so gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, die Sachen sind meistens etwas trocken. Ich wollte das Ganze eigentlich endlich mal wieder in einem Amps-Race-Spiel machen. Also schön in Counter-Strike selbst. Aber ich lade gerade Far Cry hoch. Und da habe ich einen Ping von 8 Trilliarden. Und da kann ich nicht spielen. Ich hoffe, dass es trotzdem auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam war, dieses Video. Und es kommt jetzt hier am Schluss direkt noch ein kleiner Aktivitätstest, um zu sehen, wer bis zum Ende geguckt hat. Da kann man direkt, ohne es zu sagen, mit dem Finger auf die anderen zeigen. Die sagen, ja, ich mache mit, finde ich voll toll. Und dann gucken sie nicht bis zum Ende. Verstehe ich mich. Nehmt einfach euren Kommentar, den ihr wahrscheinlich schon abgeschickt habt. Keine Sorge, ihr könnt den bearbeiten. Drückt auf Bearbeiten. Und macht irgendwo in eurem Kommentar einen unnötigen Punkt rein, der eigentlich nicht da wäre. Irgendwo zwischendrin. Im Satz. Okay? So, dass es keiner merkt. Nicht direkt am Anfang. Dankeschön. Schönen Tag noch.